Was du ja? Mach ich auch. So. Musst halt noch die Klasse machen. Ja, mach das. nein auch nicht bist du ein bisschen lauf 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 ich hab ein ja ich die raus verbann ich kann nichts machen für die bad geht nicht schön 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 wolf bleibt hier bleib hier einer zu a b einer hinter dir ah scheiße wulf 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 bei b der läuft der ist bei b hat noch einer nein noch einer bloß weg bloß weg bloß weg die erste hilfe ist unter dir nehmt 27 ist erlaubt oder denn bis jetzt einen guten vorsprung mann ich bin tot geht mal timo geht immer da weg wo du bist du darfst du nicht hingehen wird eingenommen krieg gar nicht mit a c c c c c c c c ah mein ich sorry ja geht diese link da liegt noch einer ja super super zu c c c c c ja er ist raus alexander du musst wahrscheinlich rein nein noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht doch nicht timo sei hinter unten schön nein wir sind nicht bei c weiß ich aber hilfe 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 da ist einer äh was war das war durch die auf oh mein gott hier ist dein medikett äh sebastian hinter dir nein hat Party geflogen zu B kommt jemand kommt C aus aus xbox da sind zwei 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 ach so rechts schon zurück 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 ja wenn wir haben haben wir mehr control wir haben richtig richtig gut ja hinter mir achte eine ja ja wir haben einsatz in der mitte bei der flyer läuft bei bei a alter weiß ich nein mich haben die einer zurück zu B anders oh man warum kommt die jetzt leute warum machst du wieder bliebst du mich echt ich hab den raus hat er einen kill gemacht hat er einen kill gemacht wir kontrollieren ich hab alle drei geholt wieder waren da ist dein medikett scheiße die sind bei B drei stück keine kraft aber wir laufen zu B ich komm zurück zu Timo okay einer steh einer steh er schweak er schweak der ist unten da sind drei Mann drei Mann das ist egal zurück zu A ihr müsst zu A ich bleib bei B zu A Timo wir müssen zu A einer muss mir sagen wenn einer Typ ein Typ reinkommt da ist noch einer oben links auf dem Berg der kommt jetzt Timo da wird er angenommen hab ihn hab ihn hab ihn Hermin perfekt noch einer noch einer wo 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 da Mann ach ne das war nur wie kommt das Ayoba wurde mir mal wieder falsch angezeigt okay einer einer kommt C einer kommt C zwei kommt C holt den am Boden nice man bei B ich geh zu A bei B A sind zwei Mann einer liegt auf dem Boden einer ist in der Ecke geh zu B geh zu B geh zu B scheiß ja ist egal Timo einer sitzt in der Ecke einer liegt auf dem Boden den hab ich okay pass auf zwei kommen zwei kommen B B B schön nicht wiederbelehen nicht wiederbelehen nicht wiederbelehen nicht wiederbelehen da ist noch einer der ist in der Ecke hinten der Ecke die erste Hilfe ist unter dir nehm gut Leute weiter so weit so weit wo ist der wo ist der zwei drei vier fünf kommt da nein er hat mich er hat mich egal lass die lass die Timo nicht wer da gerade läuft nicht durchlaufen nicht durchlaufen du bist am Arsch wer da gerade läuft nein Rapps Tonic spielt MP7 soll er halt guckt ab so ganz einfach ja egal scheiß drauf tut euch das es wird aufgenommen hier oder ja dann ist gut das reicht vollkommen da brauchen wir uns gar nicht drüber ärgern das können wir dann einfach zeigen dann einer bei A in der Ecke okay gut perfekt perfekt okay wir müssen C Map Control wieder haben wir haben ich gehe zu B zurück ich gehe zu B schön Christoph schön 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 ich gehe ich laufe ich laufe ich laufe von außen Christoph bleib da bleib hier im Gang drin einfach im Gang stehen bleiben ich nehme A C einer zu B einer zu B wieder aber ein bisschen bewegen du darfst nicht ganze Zeit da stehen bleiben hier Christoph einer ist bei uns kicken 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 sofort kicken hab ihn hab ihn rausgekickt hier ist dein Mediket Mann einer muss mir immer sagen wenn einer drin ist weil super ich kann den nein er hat mich einer ist Richtung B B unten B 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 ja unten einer geht runter einer geht runter einer geht B ich gehe B ich gehe B ich gehe B hier drüben ist deine erste Hilfe weiter weiter von hinten ja ja von hinten da sind noch zwei habt ihr ihn einen ja beide sind weg so ist bei A wenn man reinguckt in der Ecke geht jetzt zur Tür er hat mich redet der eine boogie manager hat im Chat einer einer geht zu A rein das ist kein base wird man richtig oder da war noch einer an der Ecke Timo ich habe beide der Haupte an der Ecke drin man der ist tot ja ihr müsst dieses einsatzziel verteidigen ich habe einen einer ist in der Ecke einer ist in der Ecke weiß ich habe ihn ja haben wir ja ich bin der alter Alter ich habe eine erste ich habe aber egal Alexander ist noch da Alexander bei B 2 und die glaube ich ja egal lass die doch einfach oh ich lag okay was geht bei dir Wolf nein boogie manager da ist einer weit 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 ab heute da ist einer bei mir an der Leiche war einer bei mir an der Leiche war einer der ist glaube ich hochgelaufen ich weiß es nicht oben auf ich habe einen gehitmarkert oben einer mit der Ecke kommt von zu B gut gut Leute so geht das hab einen noch hab ihn ähm Alter wie viel von den hinten kommt nein nein alles so unschieden haben wir schon mal sichern unschieden haben wir schon mal sicher jungs schön mich hat der bei meiner Leiche läuft einer so läuft das so läuft das Alexander willst du mir jetzt mitspielen oder nicht als du auswächst Achtung da ist einer hab ihn wo ist der nein nicht hat der schön schön lass ihn schön erste Runde Perfekt soll ich jetzt rausgehen Alexander bist du überhaupt oder bist du nicht okay geh schnell raus wechselt ja ich hab schnell Alexander uns nachschauen uns nachschauen ja mach doch doch weiß nicht wie es geht was ey du bist mich verkackt soll ich wieder reinkommen warte er weiß nicht wie Hammer ich hab ihn eingeladen ich kann nicht nachschauen was ist das selbst mit Einladung oder nicht ja nur mit Einladung geht das geht auch ich könnte beiträgen ja soll ich reinkommen komm rein ja komm rein schnell scheiße ah jetzt macht er es eben halt jetzt komm komm jetzt punch ja ich komm schon ich komm schon dann bleib dann machst du nächstes mal mit eben halt gegen KSK mach's mit KSK mit Sebastian er kann ja für mich mitmachen wenn er will außer du musst du musst du musst die sind bei äh ah ja das ist egal jetzt müsste ich nochmal mit ihnen reden ich hab ihn nicht hab ihn runter egal Alexander ist egal nein zwei sind da bei B Leute unten A Alexander brauchst du nicht mehr haben wir jetzt schon 2-3 bei C lass uns lieber A und C halten wir müssen nicht B einhören aber ah gut hab ihn ah toll hab mich schön Luis lauf runter lauf runter so man ich muss kurz noch nachladen hoffs immer sicher Digger tschuld da ist noch einer 2 bei B 2 habt einen in der Ecke in der Ecke nein er hat mich ich hab ihn aber auch bei C bei C sind wir nein bleib bleib bei B bleib bei B kurz Louis hier dein Leben ausgesperrt ausgesperrt ja ich hab mich wiederbelebt weil damit die nicht von B von der Ecke ausgesperrt wo der Sporn ist ich geh zu A Richtung A ich geh Richtung da ist einer da ist einer ab 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 am ab 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 ich hab auf ein ab akutieren und jetzt ist neu zu holen schon Schöne Runde, schöne Runde, Führtes. Perfekt, Leute. Ich komme. Oh, hätte er mich da nicht angeschossen, hätte ich doch bekommen. Unten. Bei B. Okay, voll auf, wir sind immer noch welche. Nein! Meistens sind bei der Fragge bei B. Ja, fuck, alles ein so totes Week, Alter. Da muss einer grad kurz durch, und wer hat dann alle? Achtung! Bastian hat einen überlegt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, eigentlich glaube ich bei A, denke ich mal, aber das ist ja nur eine Glückssache. Achtung, bei B, die kommen runter, per Treppe. Ich gehe runter. Pass auf! Nicht, nicht, nicht. Hab noch einen. Perfekt. Alter! Ich will doch nicht in Spawn von denen einlaufen. Echt? Das war grad richtig scheiße. Das war richtig scheiße gerade. Eigentlich war das ja richtig scheiße. Eigentlich in Spawn reinlaufen ist scheiße, oder? Genau, in Spawn. Egal. Okay. Ich lauf außen. 2x10. 2x10. Oh, 2x10, Mann, Jungs. Ich brauche 3. Oh mein Gott. Ich hab... Hab ihn. Perfekt. Ey, nehmt ein, nehmt ein, nehmt ein. Passt auf. Äh... Was ist das für ne Flagge A? Ich komme zu... Ich geh schon zu A wieder zurück. Wir sind in Spawn. Ja. Boat! Metpaket! Was? Wart drauf. Dropshotten ist das. Ab ihn! einer läuft bei mir weg einer ist tot happy alle bei b3 es warnt bei mir ja weiß ich alter hat mich runter nein er hat mich er hat aber richtig gut getroffen noch reaktlich richtig gut getroffen nur mit acht prozent schön nein verboten er ist bei mir durch die ganze bude geflogen hast du ihn der eine kennt in der ecke geht einer mal warte mal geht mal zu c oder so die die pushen zu die kommen jetzt die kommen jetzt die kommen jetzt die sind im a drin a drin ich hab die gehört okay gut okay auf einer c einer c einer c call of youth nein er hat mich nein 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 zurück 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 wer hat jetzt denn eigentlich wer hat denn die so flemmen gestellt nimm mal die weg bitte nimm mal die so flemmen weg der eine rennt zwar er einer hat mich what the fuck 9% hat er oma auf alter schön 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 kia christoph ich weiß es das ist abc abc wieder geht auf dem mann ja ich nehmt c ein c ist ja unsere hand leute ja gut jetzt haben wir eine kontrol ab und b wird angenommen Wir haben A. Nein. Schön, schön, schön. Ja. Ja, Alter, bei B. Einer ist runtergesprungen. Alter. Boah, 0%. Eben auch. Alter, wiegt wieder Setzen? Ja, aber hat er doch gesagt. Aber egal. Von links. Hab ihn. Wir kommen von A. Ich geh zu C. Ja, warte, ich geh zu C. Oben drauf auf C, oben drauf. Hinten, hinten, hinten. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz zählt. Ich kriege, dass du jedes Mal mit Obermitte-Emter einen gekillt hast. Habt ihr? Nice, nice. Warte, wo du dich kommst. Ja. Ich nehm' C, A ein. Bleibst du vor C, dann geh' ich mit C. Iowa kriegt er für jedes Mal, wo er mit der Emter einen gekillt hat, oder? Achtung! Er kriegt jetzt eine Ladung ab! Hä? Glaub' ich glaub' einer kommt in Richtung A. Was? Er kriegt ja jedes Mal einen, äh, Strafpunkt, wo er mit der Emter einen gekillt hat, oder? Keine Ahnung. Geil, jetzt muss ich viermal nachfragen. Ja. Fels für C? Ja, keine Ahnung. Ombahnen irgendwelche Leute. Werke. Bye, bye, B. Achso, ihr habt zwei, zwei, drei, C. Ja. Ich geh' Richtung C, Leute. Ich geh' außen lang. Einer ist schon noch auf der C. Der andere geht zu B. Ich geh' wo Booty ist. Hab' ihn. Ja, es geht B, Mann. Hab' den anderen. Ich geh' zu C. Ah, ja, ich wurde getötet von hinten. Wo denn? Bin bei B. Bei B im Gang. Achso, hinter bei hinter B. Bei hinten hinten. Lauf' bei C, lauf' bei C. Einer zu A. Einer zu A muss hin. Was war das? Alter, das war richtig dreckig, was der andere abgeschoben hat. B, B, B. Die gehen zur B. Fümmelt sich da ein Abend auf der Treppe, Mann. Mit einem B oder was das war. Nee, AC, W, A. Bei einem G, wo er mit der AC fümmelt hat. Ich war bei einem B hier. Durch die Tür, keine Chance, Mann. Nice, nice, nice. Oben. Auf, nach, 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 nach. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Einer von hinten. Achso, einer bei B. Ah, ich bin tot. Alter. Der hockt mit der ACWR bei A, links beim Eingang, wenn man von den Treppen hochkommt, wo die, äh... Bin tot. Wenn die Sicherheitslinger sind, hockt der links in der Ecke mit einer ACWR. Genau da, puncht. Lauf, lauf, lauf. Schön. Alter, was... Was machen die denn jetzt auf einmal? Weiß ich nicht. Zurück zur B. Weiß man ja nicht. Die können's eigentlich gewinnen, wenn die Gransch's genau wissen, was... Doch, wir haben doch auch letzten Fass gewonnen. Ja. Na, mir ist passiert. Ja, Mann, streng dich einfach jetzt noch an. Nehmt mal C ein. Drei gehen zu C, zwei bleiben B, Mann. Ich bin tot. Da ist einer bei B, eine. Zurück, zurück. Lass mal zurückgehen. Zwei Leute zurück, zwei Leute zu B. B. Habt den. Ich bin bei B. Ich komme. Einer ist tot. Schön, schön, schön. Wolf, zurück, zurück. Lauf zurück, lauf zurück. Geh weg. Mit euch, mit euch. Ja, zu spät. Hier, Christoph, da. Auf Wiederbleiben, auf Wiederbleiben. Ja, warte, ich komm. Ich re-laufe rein. Danke. A, 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 geht A. Wann darfst du nicht aufschießen? Nimm A ein. Oh mein Gott, ich bin nicht durchgekommen. Achtung, einer bei B. Ich bin, ja, einer bei B. Hab' ihn. Nein. Echt? Danke. Ja, er hat mich. Nein, wo bist du denn? Lieg er da. Boah, RGO Impact, Alter. Richtig OP. Die ist OP. Na ja, egal, man, kein Problem. Hinter euch. Warum staunen ich vor dem Gegner? Habt ihr den Spawn gesehen? Hab ihn abkoppelig. Ich nehm B ein. Nein, jetzt ne B ein und, äh, Fauf, B, 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 B. Gehen wir zu C wieder. Jaja, wir gehen gleich zu C, wenn ich wieder spawne. Okay, gut. Ich renne einfach so zu C mit Low Health. Ich geh zu C. Ich geh zu A. Nein, das geht da draußen. Den Mitteln. Wir sind weit draußen. Drei. 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 Alter, vier Leute bei C. Ich lebe noch. Boah, Alter. Ich hab drei geholt. Den vierten konnte ich leider nicht. Ich hab die Flagge. Gute Leute, gute Leute. So geht das. Für Muster, für Muster. Ja. Nein. Hab ihn. Hab ihn. Warte, oben Gruppenfoto noch kommt. Ach, schade. Ja, Mann. So, 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 so gewinnen, Mann. Haha.